Das ist jetzt schon eineinhalb bis zwei Stunden auf dem Pelletgrill, circa bei 80 bis 90 Grad haben wir das schön langsam Niedertemperatur gemacht. Jetzt machen wir die Nudeln dazu, geben wir in das Wasser, dann machen wir eine schöne Pesto und das Ganze servieren wir dann mit dem Fleisch, wenn es dann fertig ist. Dann lösen wir die mit der Pinzette. In der Zwischenzeit kann ich schon die Pestobutter machen. Ein Stück Butter, dann das Pesto reingeben, einen Schluck von dem Nudelwasser. Da ist der ganze Geschmack drin und rein damit. Und fertig. Einen guten Appetit. Untertitelung des ZDF, 2020